Und weiter geht's mit Let's Play Spare Force The Breath of Winter. Kleine Unterbrechung und da sind wir auch schon wieder. Da ist der nächste Drachenstein. Ich muss das mal eben schnell machen. Bevor ich den anderen Drachenkristall kriege. Feuerkristall. Und die weg sind. Babababab. So. Da haben wir auch schon den nächsten. Allerdings sind das... Ziemlich viele Drachlinge. Da muss ich vorsichtig sein. Ich werde wohl gleich damit anfangen, meine ersten Verteidiger zu bauen. Ich höre. Das große Haupthaus kann ich meinetwegen auch nochmal bauen. Rohstoffe haben wir eigentlich mehr als genug. Schnell. Mir nach. In die Schlacht. Wo tauchte noch einmal... Oh mein Gott. Der Tor war ich der Drache. Das gefällt mir nicht gerade. Warum stirbt hier denn keiner? Warum stirbt hier keiner? Wo habe ich denn die ganze Zeit draufgeklöpft? Versteigt die Decke nicht. Versteigt die Decke nicht. Versteigt die Decke nicht. Fließ die Reihen. Feindlicher Angriff. Zu Befehl. Erbär. Für das nicht. Zu Befehl. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Das ist gerade zweitrangig. Denn dieser... Tor, weil ich da gerade verwüstet, gerade alles. Ich brauche den Hexer zurück. Komm schon. Und weg ist das Ding. Ich muss zurück in mein Lager. Und eigentlich reicht es auch nicht, wenn ich da alleine hingehe. Denn ich glaube, dieser Torwächterdache... ...ziemlich stark. Andererseits kann ich das jetzt beenden. Zumindest mit den Kleinen. Oh Gott, das ist jetzt da nicht. Stufe 29. So. Dazu sage ich nicht nein. Shaduin, nein! So. Alle kleinen Drachensteine sind damit aus. Nur noch die großen. Und von denen drei Stück. Kann man denn nie in Ruhe arbeiten. Nein, man kann nicht in Ruhe arbeiten. Sie sind schon in der Stadt. Zwei Torwächterdrachen. Kriege ich die platt? Einmal auf Klingenwaffen und nochmal auf Klingenwaffen. Kommt schon, kommt schon. Ich meine, solange sie meine Monument in Ruhe lassen, ist mir das egal. Drei Stück. Zu Befehl. Zu Befehl. Und ich kann keine Einheiten bauen. Folgt mir. Schnell. Mein Hammer wird dich dann walben. Um die muss ich mich einzeln kümmern. Und los. In der Gruppe schaffe ich die nie im Leben. Alles klar. Kann man denn nie in Ruhe arbeiten. Zu eurem Befehl. Schickt lieber Stein in den Pfiff. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Wir sind schon in der Stadt. Das hilft mir leider gerade nicht. Was wünscht die Rune. Unverzüglich. Vorwärtskrieger. Stand halten, Männer. Und los. Zu die Rune. Todeser. Der Nächste. Zu Befehl. Vorwärtskrieger. Schade, dass sie mir gerade nicht gehorcht. Aber was soll's. Blondie kriegt gerade mächtig aufs Maul. Da haben wir den nächsten. Du kannst mir gerade gar nicht helfen, befürchte ich. Zuhörer. Zu Befehl. Zu Befehl. Und vertüche hier die Rune. Kannst du den vielleicht versteinern? Vermutlich nicht. Das ist dein Hinterhalt. Vorwärts. Und los. Uff. Altherz. Wow. Na ja, ich sag mal so. Das ist so ziemlich alles an Arbeitern tot. Dafür steht meine Basis großenteils noch. Meine Helden leben noch. Ich werde jetzt erstmal das Altherz hier nehmen. Echt schicke Sachen, die man da anziehen kann. Verdammt. Da kommt schon der nächste. Stärke, Ausdauer, Ausdauerwendigkeit, Intelligenz. Bisschen Stärke weg. Ah, was ist das? Bisschen Intelligenz dazu noch. Gletscher, Drachling. So, da haben wir so einen großen Drachenstein. Den sehen wir da schon. Ich brauche überhaupt erstmal eine Schmiede. Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Das heißt, ich muss eben ganz schnell die beiden hier wegkriegen. Vorwärts. Sofort. Machen wir mal folgendermaßen. Zu euren Diensten. Zielschuss. Für die Rune. Und los, in die Schlacht. Das Gebäude ist fertig. Also kostet meine Klo. Schlag zurück, Männer. Wie ihr wort. Zu besehen. In die Schlacht. Ein Angriff. Nein. Der eine verpufft jetzt. Ja. Und. Weg. Schade. Arduin ist leider gestorben. Was soll's. Zwei Torwächterdrachen. Are you serious? Komme ich hier eigentlich einmal rum? Ja. Hier müsste eigentlich der Zweite dann sein. Hier. Den sehen wir nur gerade nicht. Ich sammle die mal da. Jupp. Da haben wir den Nächsten. Ich kill die einfach jetzt erstmal alle. Zu euren Diensten. Halte durch, Männer. Das ist ein Hinterhalt. Schnell. Noch ein alter Herz. Hier geht es zu Arins Hort. Der ist jetzt noch verschlossen. Da haben wir ihn übrigens schon, Arin. Hier ist er ausgebrochen. Merkwürdigerweise ist er nicht. Stufe 30. Die Rune ruft. Vorsicht, Gegner. Die Rune ruft. Die Rune ruft.